Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche sind die Typen. Also Rodomonte, der nichts anderes will als Prügel. Auch das gibt es. Wir kennen das. Es gibt Menschen, die in ihrer Kraft und dem Gefühl der Unbesiegbarkeit suchen, die nach Feinden. Es gibt das im Geistigen, dass man sich mit jemandem messen will und den Gegner zur Schnecke oder zum Wurm machen will. Und es gibt es im Fleischlichen, dass man den so lange prügeln will, bis der am Boden liegt. Und der Rodomonte sucht den Orlando, weil er weiß, das ist der einzige Feind, der seiner würdig ist. Da kämen zwei Gleichstarke gegeneinander. Und es interessiert ihn wahnsinnig, ob er nicht doch der Stärker ist. Und die Art und Weise, wie er das schildert, ist natürlich wieder das Heroicomico. Denn wenn er sagt, ich zerhacke die jetzt wie einen Kuchen zu kleinsten Stücken, zu kleinsten Stücken, die man dann auf dem Tablett servieren kann. So, das ist das, was er in seiner Wut sagt. Seine Wut ist eine reine Kampfwut. Aber wenn er hört, das Wort Angelika, dann kriegt er sofort wässerige Augen und das Wort Angelika kommt aus seinem Mund wie Öl. Also selbst ein wilder Prügelmensch wird im Umkreis der Angelika zu einem sanften Lämpchen. Auch das, muss ich sagen, das ist nicht unmenschlich. Das verstehen wir alle. Es geht hier darum, dass jeder Mensch in der Gefahr des Wahnsinns ist. Das Normale wird hier zum Abnormalen erklärt. Und diese Erklärung kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen und kann ich gut verstehen. Ein normaler Mensch interessiert mich nicht. Und je normaler ein Mensch ist und je normaler die Menschen sind, umso weniger menschlich sind sie. Also hier haben wir lauter durchgeknallte Typen. Und die müssen auf irgendeine Weise, wenn die aufeinanderprallen, dann gibt es Tote und dann gibt es seelische Verwundungen und es gibt jede Art von Katastrophen. Und dafür, ich würde sagen, das Stück spielt in einem Irrenhaus. Und dafür ist eine Chefärztin, Psychiaterin, die Alcina, die noch dazu sehr eingebildet ist, wie ja das Ärzte auch sehr oft sind. Und die sagt, ich kann alles selbst, die Rechtsprechung folgt mir. Der Zeus fragt den Minus, ob seine Rechtsprechung okay ist. Aber der Minus folgt meiner Rechtsprechung, also die ist nicht nur als Psychiaterin Weltspitze, sondern auf allen Gebieten. Und die hat verschiedene Medikamente zur Verfügung. Und dann hat sie eine Art Irrenwärter, das ist der Caronte, der mit einer, wir würden sagen Niederspritzen, also mit Valium Niederspritzen. Hier in diesem Fall ist das Letewasser und er spritzt die nieder. Er hat die Möglichkeit, die Rezeptgebühr kommt über die Alcina, er hat die Möglichkeit, die aller schlimmsten durchgedrehten Typen zu vergessen zu bringen. Und das finde ich keinen konventionellen Schluss. Wenn am Schluss die, die sich am allerärmsten bekämpfen wollten, wenn die plötzlich sich umarmen und Freunde werden und sich nicht mehr erinnern. Der Orlando erinnert sich nicht, dass er je verliebt war in die Angelika. Ja, das ist eine schöne Frau, okay, wunderbar. Ja, aber die Medizin hat hier wirklich die Menschen vom Prinzip her, vom Grund her verändert. Ja, wissen Sie, wenn man etwas vergleicht, dann kommt man immer zu falschen Ergebnissen. Weil wenn ich etwas vergleiche, dann will ich etwas anderes haben. Ich vergleiche nicht, ich habe das. Und ich bin von dem in diesem Moment genauso überzeugt, wie ich von dem Schluss von Cosi van Tutte überzeugt bin, wenn ich Cosi van Tutte mache. Aber ich wüsste nicht, wie die... Also, es ist ja keine Serie, es ist keine Semi-Serie, es ist ein Eroi-Comico. Haydn hat keine musikalische Ausbildung, sondern der hat sich selbst ausgebildet. Und der hat sich seine Formen selbst geschaffen. Dadurch, dass er auch in einer Umgebung war, in der nicht die Professoren, die alles besser wissen, um jede Ecke gekommen sind und ihm gesagt haben, du darfst das nicht machen, hat er gesagt, ich mache das. Und später, wie er älter war und auch mit diesen Professoren zusammengekommen ist, und die kamen und sagten, warum hast du das gemacht? Dann hat er gesagt, weil es richtig ist. Und da hatte er die Autorität, das zu sagen, da waren eben die Professoren, wurden dann immer kleiner ihm gegenüber. Aber die hatte er nie als Vorbilder. Ich muss sagen, ich bin leider nicht genügend vertraut mit den Möglichkeiten der Medien. Meine Enkelkinder benutzen das Internet sicher nicht, um sich kulturell zu bilden. Die benutzen das alle ganz reich, viel mehr wie ich. Ich habe im Grunde keine Ahnung davon, weil ich es auch nicht brauche. Aber die bekommen von ihren Eltern und von ihren Großeltern ein reiches Vokabular, um sich mit Kultur zu befassen. Und da entsteht auch das Interesse. Es wäre sicher eine Aufgabe des Internet, diesen Durst, der vorhanden sein muss, in irgendeiner Weise zu befriedigen. Und dem weiterzuhelfen. Ich muss sagen, ich kann nicht sagen, wie, weil das nicht mein Gebiet ist. Ich weiß, wie ich es mache, wenn ich hier Kinder vor mir habe und mit denen über Musik spreche, weiß ich, dass in zwei Stunden die alle Geigen spielen wollen. Und dass die meisten davon dann dabei bleiben. Das ist ein vollkommenes Neuland für mich, weil die Grammatik dieser Musik, den Ensembles, die sich mit alten Instrumenten beschäftigen, ist die vollkommen vertraut. Wenn ich mit denen würde ein Stravinsky machen oder irgendetwas aus dem 20. Jahrhundert, dann wären die hilflos. Dadurch, dass in den letzten 30, 40 Jahren nach und nach den großen philharmonischen Orchestern die Barockmusik weggenommen worden ist. Es spielt ja kaum ein großes Orchester, von den großen Meisterorchestern, spielt kaum eines mehr Bach, kaum eines mehr Händel, immer weniger Mozart, das spielen die Spezialensembles und Heiden. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass die Orchester, die Brahms spielen und Tchaikovsky spielen und Travinsky spielen und Bartok, dass die ihre Wurzeln nicht vergessen und nicht verlieren, die in der Barockmusik und in der noch älteren Musik liegt. Und das ist einer der Gründe, warum ich das unbedingt machen will und machen muss. Und da ist natürlich sehr viel Arbeit notwendig, weil ich finde, der Musiker hat ein Recht zu wissen, warum er etwas machen soll. Ich kann natürlich sagen, spielen Sie das so oder spielen Sie das so, dann machen die das und dann klickt es schon sehr, sagen wir, sprachlich verständlich. Aber ich finde, er muss auch wissen, warum er das machen soll. Und das ist eigentlich das Interessante an dieser Arbeit. Und das ist eigentlich das Interessante an dieser Arbeit.